Ich glaube, ich gehe mal hinter zum Feld. Gehe dort mal nach unten. Ah! Hier hätte ich noch ein paar Bäumchen setzen können. Und Laub. Nee, Laub nicht. Hier hätte ich noch ein paar Bäumchen setzen können. Guck mal kurz hier rein. Okay, Karotten sind unglaublich viele da. Kartoffel. Ach du Scheißbaum. Die sind nicht angepflanzt, oder? Habe ich die ausgelöst irgendwie? Doch, die sind angepflanzt. Alle sogar. Ach komm. Die sind rohstoffgeil. Zack. 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 Aber Kartoffeln, glaube ich, werden wir nicht alle unterbekommen. Bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo die hinten alle voll sind. Den Punkt erreicht, wo die hinten alle voll sind, nämlich. Deswegen kommt hier auf einmal auch so viel an. Hier müsste alles unten sein, oder? Wird nicht mehr mehr. Wird auch nicht mehr mehr. Okay. Kann man es ausschalten. Wie schaut es hier aus? Wird auch gerade nicht mehr. Wird auch gerade nicht mehr. Ist ziemlich voll. Wie schaut es hier aus? Ist voll. Wird aber nicht mehr. Okay. Kann ich auch mal ausschalten, würde ich sagen. Wenn du... Das ist auch schon vorne in der Rinne drin. In der Sammelrinne. Gehe ich jetzt mal hier rein. Schnappe mir die Samen. Zack. Und drücke einmal das Feld. Drücke einmal das Feld. Und drücke einmal das Feld. Und die Tür. So. Ähm. Gehen wir mal rein und schauen uns mal die ganzen Sammler an hier. Pick up. Okay. Er nimmt es auf. Aber nicht so wirklich, ja? Was? Muss es hin? Was? Wo sind die Samen hin? Ach. Der nimmt genau. Der nimmt genau. Kommt mir das jetzt so richtig vor? Nein. Ich glaube, ich muss es nochmal auslösen dann. Warum nimmt der nicht die ganzen Samen an? Normalerweise sollte doch Pick up die Samen machen. Das macht er nicht. Vielleicht löse nochmal aus. Habe ich jetzt weniger Samen als zuvor? Ne. Die Felder sind ganz befüllt. Hier liegen ganze Stacks. Hä? Warum liegen die ganzen Stacks? Schnappe ich mal raus. In die Rinne. Damit es gleich unten ankommt. Warum nicht hier ganze Stacks rum? Sind die durchgeploppt oder was ist los? Alter, hier auch Karotten. Ganze Stacks. Was ist das für ein Bug auf einmal? Das war doch sonst auch nie. Ach du Scheiße. Das war das Pick up. Stimmt, das haben wir ja neu gemacht. Das Pick up. Ich schmeiße es einfach mal in die Rinne hier rein. Das Despawn. Wir müssen das Pick up wieder ausmachen. Weil das Feld ja mehr herstellt als Ding. Deswegen liegen hier die ganzen Stacks rum. Auch hier, guck. Da werden bestimmt ganze Stacks Kartoffeln rumliegen. Ja, sag ich doch. Okay. Pick up wieder ausschalten. Ähm. Darf nicht gemacht. Darf nicht sein. Die muss ich dann doch lieber per Hand befüllen. Der will das aufsammeln, aber der sagt 81 irgendwie sowas. Weil es Feld ja nur die Größe hat. Okay. Nun muss ich wieder ausschalten das Pick up. Dann können wir eh mal durchgucken überall. Die Felder sind alle angepflanzt. Der schmeißt sie dann raus. Weil das Feld zu groß eingestellt ist, schätze ich. Hm. Ich nehm mal hier erst. Fang mal jetzt mal meine Samen an. Hey. Also. Pick up. No item pick up. Ähm. Was? Warum verschwindet das immer bei dem hier? Gibt das jetzt wieder oben irgendwo rum? Nein. Warum verschwindet das immer bei dem hier? Das war doch zuvor auch nicht. Bin ich blöd? Hat er es jetzt wieder rausgeschmissen oder was ist los? Hier liegt aber auch nichts. Wartet mal kurz. Ich mach mal neu auf. Hä? Wenn ich jetzt einfach mal so reinziehe. Das funktioniert. Okay. No item pick up. Da sind es eh zwei drin. Ich verstehe es gerade nämlich nicht. No item pick up. Jetzt auch mal zwei. Das ist jetzt auch verschwunden. No item pick up. Jetzt hab ich da natürlich nicht mehr genug Samen. Für das Feld. Hä? Was ist hier los? Hat das sonst auch immer funktioniert? So. Ihr seid mit Karotten voll. Nehme ich mal die Karotten hier raus. Ich mach mal voll. Wir haben genug Karotten, damit ich mal die Dispenser voll setze. Hä? Ich verstehe es gerade gar nicht mehr. No item pick up. Die Karotte ist auch verschwunden. So. Ich setze dich jetzt einfach mal komplett vor. Da. Guck mal. Es verschwindet. Ist wieder ein Stack verschwunden. Hä? Wo ist hier der nächste? Ach hier. No item pick up. Das war das Einzige, wo ich mich gerade erinnern kann, dass wir das geändert haben. Wenn ich mal den mit Karotten voll. Da hat die ist jetzt auch wieder verschwunden. Das müssten noch jetzt zwei sein. Und es hat sich gerade aufgehangen. Kurz. Versteht das einer von euch? No item pick up. So. Und die ist an... Guck mal. Die verschwinden. Die verschwinden. Hab ich das Feld verpackt? Das war doch zuvor auch nie so. Gerade auch die ganze Zeit perfekt funktioniert das Feld. Warum funktioniert es jetzt auf einmal nicht mehr? Schmeiß ich einfach in die Trichter rein hier. Zack, zack, zack. Ist mir egal. Da. Die Karotte ist... Nicht existent. Weg. Kapitän. Jetzt mal die hier. Die kommen eh gleich wieder. Etliches an. So. Und die. Nehme ich auch mal raus. Sicherheitshalber nicht, dass da irgendwas ankommt. Die Truhe ist ziemlich voll. So. Mache jetzt mal das Item pick up auch aus. Das ist das einzige, was sich geändert hat. No item pick up. Jetzt funktioniert es. Beide Kartoffeln waren jetzt weg. No item pick up. No item pick up. Da. Ich sehe sie weg fliegen, aber ich müsste... Ah. Die eine habe ich jetzt wieder... Ich verstehe das nicht mehr. Die ist weg. No item pick up. Okay. Die sind jetzt alle mal voll. Bei den Kartoffeln hier hinten sind wir fertig eigentlich. Soweit. Die sind gut voll gefüllt. Das heißt eigentlich Kartoffeln... Wir werden eh nie ein Hungerproblem haben. Alter, schaut euch das mal an, was wir da als Kartoffeln draus machen können. Wie viele Kartoffeln wir hier draus machen können. Wir werden nie ein Hungerproblem haben. Nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ähm. Das ist krass. Das ist krass. Aber warum war das Fels so... Warum ist das Fels so verpackt auf einmal? Guck mal. Mein kleiner Balkon. Ist ja nicht schön. So. So. Ähm. Mhm. Ich sehe halt meine Tropenholzbäumchen nicht mehr von hier. Naja. Ich bräuchte jetzt hier nicht das ganze Knochen mehr. Wir lassen die mal wachsen. Und ich mache mal eine kurze Pause vielleicht. Oder ich weiß es nicht. Und überlegen wir mal, was wir als nächstes machen. Man sieht sich gleich wieder. Ich mache mal noch einen neuen Kaffee. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. So. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Gerade ein bisschen rausgesucht aus meiner Liste. Und ich will... Ich nehme mal ein paar Grundmaterialien mit. Eine Kleinigkeit bauen. Die Kleinigkeit ist doch nicht so eine Kleinigkeit. Eine Klitzekleinigkeit vielleicht nur. Ich nehme mir einfach mal ein bisschen was mit. An Holz und so. Ähm. Ja. Nehme ich hier noch ein bisschen was mit. Weil ich nicht weiß, was wir hinten stehen haben. Oder was wir hinten haben an sich. Nehme ich mal ein bisschen was mit. Ich nehme mir auch Stein, Flint und Glas. Äh. 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 Erde. Quatsch. Stein. Cobblestone etwas mit. Ein bisschen was. Ein bisschen mehr. Ich ver... Äh. Wie... Ich will nämlich heute... Nehmen wir mal so drei Stacks mit und ein bisschen Stein mit. Ich will heute... Noch... Ich will jetzt heute noch ein, zwei Häuschen hinten bauen. Vielleicht nur einen. Vielleicht gar nicht so viele. Das sehen wir. Äh. Okay. Falls wir was brauchen sollten, können wir ja immer wieder zurückfahren. Unsere Bahnlinie ist ja jetzt satt. Äh. Fertig gestellt. Unsere neue. Die überarbeitete. Äh. Glas. Ich... Ach komm. Ich weiß auch gar nicht, was wir hinten gerade stehen haben. Oder was hinten noch ein bisschen dat ist. Äh. Wo geht's zum Ding? Zur Stadt. Hier geht's zur Stadt. Und ab dafür. Hui. Jetzt nutzen wir sie mal so, wie wir sie nutzen sollten. Und zwar zum Fahren. Wir fahren jetzt hinterher in die Stadt. Schauen wir mal, dass wir da ein paar Häuschen bauen. Habe mir nur schnell ein Glas geholt. Kaffee wieder gemacht. Geht schon gleich weiter hier. Ich nehme heute ein Stück... Ich glaube, ich nehme heute mal ein bisschen mehr auf. Habe gerade ein bisschen Lust drauf, nämlich. Ähm. Vielleicht nehme ich auch heute noch die Vain de Vinnie Glammer auf. So. Einfach mal ein Stück aufnehmen. Zack. Und so. Ah, jetzt habe ich schon gedacht, der ist verschwunden. Ähm. Einfach mal ein Stückchen aufnehmen. Und hier hinten würde ich gerne das Häuschen weiterbauen. Ebenso an sich will ich das Dorf ja noch ein bisschen größer bauen und alles. Ach. Ach nee. Quatsch. Nee. Das wollte ich gar nicht. Ach, das ist die Holzmauer. Die will ich auch noch umbauen. Die will ich auch noch mal neu machen. Den Wall. Den will ich auch noch mal umbauen. Und neu gestalten. Alter. Will ich auch noch mal neu gestalten und umbauen und alles ein bisschen. Und was mich sehr, sehr stört, ist, dass die Stadt halt so in die Länge gezogen... Hallo? Okay. Interessant. Ähm. Was so in die Länge gezogen ist? Familie nichts. Wir haben hier schon versucht, ein paar verschiedene Art Häuser mit reinzubauen. Einige hat Natascha, äh... Herr Nachbar. Einige hat Natascha gebaut. Einige habe ich gebaut. Herr Wotzka. Frei. Okay. Einige hat Natascha gebaut. Einige habe ich gebaut. Einige hat mein Bruder mitgebaut. Wir haben hier alle so ein bisschen mitgebaut. Ähm. Ich würde sehr gerne in die Richtung noch ein bisschen einen Weg bauen, aber da habe ich jetzt natürlich kein Kies oder sowas bei. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob hier noch eine Kiste steht für Dorf. Ich will heute mal ein bisschen wieder zurück zu unserem Dorf und hier noch ein paar Häuschen bauen. Ah. Wäre schön, wenn hier noch eine Kiste stehen würde. Stopp. Ich finde. Mhm. Vielen Dank.